Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen, Mr. Wick. Du musst das für mich erledigen. Nein, ich habe mich geändert. Manche Dinge ändern sich nicht, John. Ich kann nichts für dich tun. Du kennst die Regeln. Wenn du nicht lieferst, wird es Konsequenzen geben. Kreditorenabteilung, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Forderung eintreiben. Name des Schuldners? John Wick. Der Auftrag ist jetzt international. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Jetzt gib diesem Mann doch bitte eine Knarre. Du lässt dich mit dem Teufel ein. Er nennt es nicht Drache, sondern Gerechtigkeit. Arbeitest du? Ich fürchte, ja. Egal, wer kommt. Ich werde ihn umbringen. Ich werde alle umbringen. Aber natürlich. An mir soll es nicht scheitern. Der Mythos. Die Legende. John Wick. Dies ist diese Jack this thanreifer. Aber wenn ich sonst zu korrelangkbench. ... Also ć ich den plansen. Es geht lang. Wie war.